hallo und willkommen zu einer neuen folge let's play visage ja dolores hat uns auf die suche geschickt nach ihren td in irgendeiner kiste so für einen schlüssel haben ich habe ein fenster gefunden gehabt dass ich nicht so wirklich aufbekommen weil weder mein hammer hier noch das komische hat mit griff sie für mich aus dem brecheisen ehrlich gesagt hilft mir hier nicht weiter und dolores ist offenbar mich verrückt geworden ich dachte eigentlich sie denkt ich werde george aber sie redet mich mit twain an weiß jetzt nicht genau wer wer ist nun was was ist wir gucken jetzt einfach weiter wir sind jetzt über diesen spielplatz rausgekommen und ja ich glaube nicht dass ich den t finde aber wir schauen mal kann man hier schon mal hochgehen immer erst mal die wichtigsten sachen abchecken nein heimstakt so ernsthaft darauf hat er angst hey ach so es bewegt sich obwohl es nicht okay bleiben dass man den abschnitt kommen wir was cooles finden sieht er ist doch nicht danach aus ach ich bin gewünscht habe ich schon gewundert warum die bank so hoch ist aber die bank war nicht so hoch ich war so niedrig kann ich auch nicht öffnen okay ich muss noch kurz ein break machen wird die karte aufgenommen oder nicht ja wird sehr gut und 1 2 3 und sieht erstmal alles wenig spektakulär aus komm ins licht Ah, ich habe so ein Gefühl, wir rennen jetzt quasi endlos im Kreis, wenn ich hier weiterlaufe. Okay, gut, hast verstanden. Das heißt, irgendwas ist ja für den Spielplatz, was ich untersuchen muss. Gut, ich komme hoch, aber ich darf nicht runterkommen. Oh, mir fehlt noch ein Abschnitt vorher. Ah, noch nicht hier. Ich erwarte es jetzt nicht, aber ich versuche es einfach mal. Alles sehr stabil hier. Ah, war es drei Erforschung da? Das heißt, wenn ich kann, wird aktuell nicht mit agieren. Es ist zu lange dunkel zu stehen. Zu dunkel finde ich ja gar nicht. Da ist doch was. Ah, nee, das sind die Viecher. Alles klar, gut. Ich kann geringflügig damit interagieren. Das war es dann aber auch. Klack. Spiel, ich bräuchte einen Hinweis. Ja, die kann ich nicht anschieben. Hm. Ein bisschen überfragt. Hm. 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 Eigentlich so durch Kanaldecken kann man doch nicht zum Dreifragen öffnen, normalerweise. Den hier nicht. Ja, ich schwöre ja hier mit Foschrei, aber. Hm. Also entweder übersehe ich was, oder mir fehlt hier gerade ein Gedanke. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist quasi der dritte offene Faden, den ich hier habe. Shame about me, aber ja. Was ist das? Das ist nur ein Schrager. Ja, alles klar. Hier geht er erst mal nach oben. Na, hier wäre ja eine Kerze eigentlich auch gut positioniert. Gut, Dolores meint, dass ich vielleicht nicht nach oben gehen sollte. Ist okay, so sagt mir das Spiel auch quasi, wo ich nicht hin soll. Huch. Ich habe ja noch eine Kassette. Ich kann mir zumindest ein bisschen Story noch anhören. Also hier ging es ja auch nicht lang. Hier war doch, glaube ich, man weiß nicht, welche Schlüssel man braucht. Das Feuerzeug ist ja, du brauchst nicht aufzubauen. Okay. Die schmeiß ich es weg. Erst aus der Dunkelheit raus. Ja, das ist okay, ich will ja. Ich will meinen rechten Gegenstand fallen lassen. Ja, kann ich meine rechten Gegenstand mal irgendwie fallen lassen? Komplizierte Steuerung, ey. So. Wir suchen also immer noch T-Box und irgendwas, um Fenster zu öffnen. Das ist ja ein Stromkabel. Ich will sehen nicht, wo es langführt. Ah, das ist auch ein Spiegel. Ob ich auch mal klopfen sollte. Okay. Zählt nicht. Okay. Das ewige Rumrennen hier. Scheiße. Ich glaube, das ist nicht gut. Schlecht. Ich glaube, ich versuche mich umzubringen. Ich wollte doch deinen Tee holen. Ich habe ihn doch nur nicht gefunden. Ja, hier ist zu. Es ist überall dunkel. Du Lohre sitzt nicht mehr hier. Ich glaube, du hast halt keinen Bock mehr gehabt zu warten. Das ist nicht so, dass ich den Lichtschalter. Funktioniert nicht. Es ist auf dem Arsch dunkel. Ich habe nur eine Idee abgesehen. Irgendwas fehlt mir. Ich habe nur eine Idee abgesehen. Ah, hier war ich. Ich halte das hell. Oh, nimmt mein Verstand rapide ab. Ich bin hell. Weil dein Loch unten ist. Ja, klar. Wieder gedankenlos rein. Kann nicht schaden. Oh. Und es dauert. Ist das nicht schon mal gerade? Ja, hatten wir. Das ist interessant, ne? Sobald ich hier reinkomme. Geht mein Vorderzeug aus. So. Wollte ich mir jetzt eigentlich sagen? Ich muss in den Keller. Äh. Wieder auf den Dachboden. Suchen wir auf jeden Fall ihren Tee. Wir suchen mal noch ein Werkzeug. Äh. Ich dachte, hier ist und passiert nichts. Ich gehe jetzt aber mal rein. Hier knatscht er massiv überall. Okay. Ich gehe jetzt nicht mehr auf diesen ewigen Gang zu gehen, dann. Total blöd. So. Wir brauchen irgendwie ein Werkzeugfenster zu öffnen. Immerhin hier ist die Garage. Werkzeuge sollte man hier eigentlich finden können. Okay, also wie gesagt, es gibt theoretisch mit meinen Sachen Haufen Möglichkeiten. Das zu öffnen. Ich glaube, wir warten schon länger nicht mehr in der Stube oder hier im Spiegelzimmer. Okay. Das Klimt auch. Es gibt viele Möglichkeiten, wo man uns suchen kann. Oder einen irgendwie durch das ganze Haus nochmal zu schicken, ich weiß nicht. Fühlt sich irgendwie ein bisschen langatmig an. Oh, noch ein ganzer Spiegel. Naja, das können wir ja schnell ändern. So, lagern wir. Ach, ich hab auch so gesehen. Wieder abgelegt, ne? Jo. Ich geh jetzt noch nicht da rein. Ich suche mir ihren Tee und hier ist ne Küche, also. Das Esszimmer. Das ist eine relativ gute Chance, ob wir irgendeinen Kästel finden. Ach, das ist Licht an. Schlimmer als Sparlampen. Obwohl die natürlich ökologisch total geil sind, ne? Wir versuchen, wir müssen eigentlich irgendein Verhältnis finden, was nicht auf ist. Sonst hätte ich nämlich keinen Schlüssel bekommen. Das ist ganz klar. Oh, ne Kerze. So, natürlich will da irgendein Ort sein, wo kein Schmeier damit rechnet. Sonst wäre das ja fast schon langweilig. Ja, okay. Was ist das? Die Kerze stellen wir direkt hier auf. So, in die rechte Hand. Genau. Die rechte Hand anzünden. Geil. So. Also. Ich stand nicht zu lange im Dunkel, als so ist irgendwas cool, wie es passiert. Ich geh mal in den kaputten Spiegel rein, der war gleich hier. Aber das Problem ist, dass es jetzt so schon immer verwirrend ist. Noch mehr Wege und so. Hilft jetzt nicht. Ich darf schon wieder kein Licht machen. Steht so über den Tagieren, aber... Ja. Ich laufe quasi in die Dunkelheit gerade. Interessantes Räumchen. Kannst du diesen Gegenstand nicht lagern? Ja, okay, dann tue ich das heute nicht. Kann ich den nicht mal aufheben? Okay, ähm... Stopp. Wenn ich das wegpacke, darf ich ihn dann aufheben? Ich hab schon wieder... Ja. Kleinen Moment. Nein! Er ist auch ungewollt. Ähm... Das war auch nicht gewollt. Er ist natürlich schon ein Feuerzeug wieder haben. So. Ich möchte das gerne lagern. So. So. Dich hätte ich gern wieder in der Hand. Ich versuche gerade die Bilder zu deuten. Bei den Lichtverhältnissen ist es schwer. Man nimmt es zwar mit rechts auf, aber es liegt links. Das ist doof. Okay. Nein, ich möchte es gerne fallen lassen. Nein, ich möchte es gerne fallen lassen. Ich lehne jetzt erstmal alle ab. So. Und jetzt schauen wir uns mal um. Ich glaube, ich habe ein Rätsel gefunden. Oh, das liegt ganz grof. Ähm... LB drehen. Das zum Beispiel kenne ich gerade mal gar nicht. Ach doch, das ist eine Schreie in der Fratze. Okay. Ja. Das steht cool. Was ist das? Hier die Schreie in der Fratze. Eine Büste. Was schlimm ist, ich komme gerade nicht direkt dahinter. Ich habe das Gefühl, wir müssen hier eine Zähne nachstellen. Ja. Die beiden zum Beispiel sind doch identisch, oder? Wie ist das? Wenn die dann beide mal auf... Boah. Zack. Zack, zack. Oh. Das kenne ich aber gar nicht. So. Jo, wieder so eine Fratze. Das ist ein fallendes Gesicht. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Elf. Verdammt. Die wollen wir nicht raus. So. Vier, fünf, sechs, sieben. Wir brauchen elf Bilder. Ich erkenne nur noch keine Logik da drin. Okay, wir haben hier Gesichter. Wir wissen, dass die alle senkrecht sind. Ja, also. Wie viele Motive haben wir denn? Lassen wir es mal so schauen. Eins, zwei. Die sind identisch. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Die müssen identisch sein. Hatten wir auch schon. Hatten wir auch schon. Hatten wir. Oh. Das hatten wir noch nicht. Also, acht. Hm. Muss ich mal für ein bisschen Ordnung sorgen. Wie mache ich das am besten? Ich weiß nicht, ich positioniere die jetzt in einem Geingang erst mal. Sortiere die mir. So. Fallen lassen. Ihr seid identisch. So, jetzt muss man erst mal die toten Fratzen. Nein, rotieren, rotieren, rotieren. Hoch. Jo, Rätsel konnte nicht gelöst werden. Bilder wurden zerstört. Hoch. So, was ist das? Was ist das, wie das Gesicht hier? Wo war das? Genau. Steuerung des Größen. Der Witz wäre, wenn das gar keine Rätsel wäre. Ja, durchstehen wir gerade meine Zeit umsonst vorbleiben wir da. Hatten wir den schon mal hier? Da. Wo du liegst, ist mir eigentlich relativ egal. Hier haben wir dann wieder die Geistermünsche oder wie auch immer. Ein frühes Gemälder. Hatten wir den schon mal gelagert? Problem, ihr könnt das auch nicht jetzt hier per Zufall machen. Einfach. Weil es einfach viel zu viele Kombinationen gäbe. Zack, zack, zack. Können wir noch ein bisschen drehen. Vielleicht ohne es zu kippen. Nein. Ja, so ungefähr passt schon. Aber der letzte Schrei hier wieder. Oh, warte, den hatten wir schon gehabt. Da. Niemandschein, Selbstporträt. Rotieren, schau mal so. Zip, du, 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 du. Das war, glaube ich, noch nicht. Kurz mal gucken. Nö. So, das hatten wir ganz oft. Du gehörst da hin. Das hatten wir auch noch nicht. Findet mal ein Ort, wo das immer gut liegt. Daher kommen dann die Blätter drauf. Habt ihr das Gesicht schon? Was haben wir hier noch? Hier ist das Gesicht noch mal. Ah, die Büste. Die hatte ich aber schon, wo sie denn? Ach, da ist auch das Gesicht, das hatte ich auch schon. Doch, schade. Hä? Also, kennen wir wieder nicht. Das ist unglaublich. Findet ihr jetzt blöd? Ich hatte doch die Büste schon gelagert, oder? Das Gesicht, der Tod, da ist die Büste. Das Gesicht, der Tod, da ist die Büste. Das Gesicht, der Tod, da ist die Büste. So. 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 Loch, Gesicht. So. Die Gesichter hatten wir schon. Führe ich jetzt mal zusammen. So. So. Die Gesichter hatten wir schon. So. Also. So. 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 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich habe nur neue Motive. Ich habe nur neue Motive. So. 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 Ich weiß, ich hatte den schon mal gefunden gehabt. Mein Feuerzeug ist leer, ich brauche es nicht aufzubewahren. Ja dann, ich habe jetzt gelernt, wie ich Sachen wegschmeiße. Ich brauche es wohl mal, glaube ich, hier irgendwo. Habe ich jetzt wirklich ewig zoomen können, also. Das ist fein, finde ich jetzt nicht fein gemacht, das macht das jetzt Play-Leute auch ein bisschen langweilig. Ich bin jetzt nicht sicher, welcher Spiegel gemeint ist. Okay, wir rennen einfach mal. Ja, gut, hat sich wieder erledigt. Das brauche ich jetzt einfach nicht. Kann natürlich sein, dass wir jetzt direkt in die Arme rennen irgendwie, ne? So. Also es stand nicht direkt im Raum, das Junge stand mir, the boys room. Der. Den sieht man so selten, weil es immer so dunkel ist. Okay. Ja dann. Ja dann. Verstand im Trapide ab, wo ich ein Helm bin. Das ist aber schade. So. Ähm, genau. Rechte Hand leer machen. Dann Spiegel ein Kloppen. So, und hier ist wohl das Rätsel, das man als allererstes machen soll. Wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht die Lösung durchgelesen. Ich möchte eigentlich gerne selber das machen. Ich glaube, ich glaube, ich muss hier durch. Ja, da hat es mich gekillt. So, ich weiß, ich bin in Gefahr. So, bei uns können wir jetzt heimschleicht aufbrechen. Ja, ich weiß, dass du mich jagt. Das dauert viel zu lang. Okay. Aber zum Schluss haben wir jetzt nicht gekillt. Ja, du bist nicht nett. Und hier ist alles so schön dunkel. Steht da jemand? Etwas? Auf dieser Zeichnung scheint gar nichts dargestellt zu sein. Es sind sehr viele Tote. Menschischer Schädel. Nichts, ein Schädel. Okay, jetzt so. So ist es auf jeden Fall wieder ein Rätsel. Nichtschädel, nichts. Okay, ist nur Dreck. Was ist das? Ne, ich will hier noch nicht raus. Ein Auge. Nichts, Schädel, nichts. Nichts, Auge. Mond. Nichts, nichts. Schädel, Auge, Mond. Und. Gefunden ein. Schau ich so dicht. Railing in an everlasting dream, a two-sided moon with clouded vision lies down innocently. Why do guilty shadow? Achso, ich hätte es auch anscheinend lesen können wir der W, richtig. So, Feuerzeug nehmen wir gern. Kerze würde ich auch gern nehmen. Obwohl ich jetzt auch keine Kerzenstelle gesehen habe. So, dann mache ich das lesen. Im Mitten eines nie enden wollten Traums. Ein zweiseitiger Mond, der in ein Nebel verschwindet, lädt sich jungfäuchig in den Schuld beladenen Schaden. So. Zweiseitiger Mond. Clouded Vision als zweisäuernd Mond. Auge. Guilty shadow, ja, das könnte dann der Tod sein, ne? Gut, aber. Was genau sagt mir das? Ich kann mir den ja eigentlich nichts machen. Was hat irgendwas mit denen zu tun? Sonst wären die Zettel nicht dran. So, wir laufen jetzt noch kurz hier lang. Was ist überhaupt passiert? So, wir laufen jetzt noch kurz. Hoch. ok anscheinend muss ich die richtigen gehängten irgendwie hochziehen wozu dass man eine kurbe finden muss das ist eine kurbe ok wie die kurbe kann ich nicht verwenden ok aber ich sehe nicht mehr wehen ich muss mir das irgendwie merken leute das aber auch wieder das ist für jemanden mit römischen vorstandsvermögen erfunden jo das war falsch ok 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 vielleicht mal zwei ich glaube sowas besser sehe ich die unten schneller habe ich erst mal auch licht klar kann ich es hier verwenden ich bin mir schlecht anvisiert so und hier muss auch mal was sein soo das gefällt mir schon viel besser das Feuerzeug schmeißen wir jetzt erstmal weg ok moment wie ging das ich hätte hier rechts fallen lassen yeah soo damit komme ich jetzt klar da ist nix drauf nix ok ok der hinten links ist richtig und schatten ich glaube der totenkopf ist gar nicht gemeint ne guilty shadow clouded vision two sided moon ok ne gut clouded vision kann auch eventuell eins der nichts sein ne aber gibt es zwei von wer ist nicht eindeutig guter also hinten rechts hinten rechts hinten rechts hinten links links hinten links hinten rechts gucken wir mal ach liegt doch nicht so nützlos na gehen drum mal sehen ob ich das jetzt richtig gedeutet und verstanden habe so da hinten kommen wir nicht lang ok so jetzt dürfen wir achten müssen wir hinten hier in der Mitte zumachen zumachen jo war wohl nicht richtig hm oder ich habe es habe es das falsch gemacht mit irgendwie bei meinem gläubischen vorstellungsvermögen versagt ja ich habe wirklich mein gläubischen vorstellungsvermögen versagt ja der Mond stimmt ja der Mond stimmt ja der Mond stimmt also höchst wahrscheinlich ja der Mond stimmt also höchstwahrscheinlich fast wie ist das Das war's für heute. Jetzt komme ich gar nicht mehr klar. War das denn das Richtige? Oh, hä? Wie drehe ich mich denn hier? Ich brauche doch mal kurz Licht. Ich sehe wieder mal gar nichts. Ich sehe den Raum. Hä? Hast du verschiedene Gänge? Ja, okay. Dann ist klar, warum ich durcheinander gekommen bin. Ne, das kann nicht sein. Gar nichts, war auch falsch. Ich hätte es gewusst, bei einem Einstufungstest hat man es mir gesagt. Sie haben kein gutes räumliches Vorstellungsvermögen. Es wird Ihnen zu Verhängnis werden. Ich habe damals gelacht. Ich wusste damals nicht, dass ich das brauchen werde. Und wenn es nur für Visage ist. So. Jetzt müsste ich auch die angehabt haben, die ich vorher anhatte. So, Moment, jetzt kann ich mich hier orientieren. So, ich brauche den, der angrenzt, dass die ein Dreieck bilden. Und dann auf der langen Seite das Gegenüber. Versuchen wir es mal so. Vielleicht kann ich mich so besser orientieren. So, ihr müsst ein Dreieck bilden. Da gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Habt ihr nicht nachgedacht? So, sein wir genau der Richtige oder genau der Falsche. So, ein bisschen Feuer zurücksparen. Das war, glaube ich, genau der Falsche. Ich brauche nur das, was hier hängt. Okay. Ich brauche also den anderen. Und dann, was in der Ecke, die gebildet wird, gegenüberliegt. So, also den aus, den anderen wieder an. Ich glaube, dann habe ich es. So, das müssen jetzt die Richtigen sein. So, und dann, dass Dreieck ausgebildet wird. Die lange, die hinten ist. Also, der hier in der Ecke irgendwo. Wenn ich nicht sehe, was hier so auf dem Dunkel ist. Yeah! Oder? War das richtig? Hat sich irgendwas getan? Irgendeine Öffnung? Es gab eine Animation. Ja! Ob das jetzt gut ist, ist natürlich eine... Ah, andere Frage. Okay. Wir kommen in der Dunkelheit. Jetzt bin ich wieder in dein Haus zurück. Hat das was gebracht? Fühlt auf jeden Fall nicht so an. So, ich würde sagen, da machen wir Schluss für heute. Wir haben das eine Rätsel wenigstens gelöst. Und machen dann mit den anderen weiter. Ich glaube, ich werde mal die Reihenfolge der Rätsel zumindest anschauen. Dann gucken wir mal. Sonst renne ich hier ewig rum. Tut mir leid, dass das letzte Blähle jetzt hier ein bisschen langwierig war. Hatte ich mir auch besser vorgestellt. Hatte auch gehofft, dass ich nicht irgendwie nachgucken muss. Aber, naja, manchmal geht es nicht so. Wäre besser gewesen, meine Entwickler, die haben es so gelöst, dass man die Rätsel unabhängig voneinander lösen kann und irgendwas dafür kriegt. Und das muss man am Ende, keine Ahnung, zusammenbasteln. Vielleicht am Ende alle Kassetten für den Kassettenrekord oder so. Da wird Mechanismus ausgelöst. Aber na gut, soll nicht sein. Ist im Grunde nicht so. Ich verabschiede mich auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und mögen die Gaming-Görter mit euch sein. Tschüss!